Ich glaube, dass wir eine super Moral haben. Wir haben einen gewissen Plan, den wir jedes Wochenende umsetzen und dementsprechend spielen wir auch erfolgreich und da ist jeder für jeden da. Und so sehen halt auch die Spiele dann aus. Ich denke, es ist sehr gut zu haben, mit den drei Vierteln zu beginnen, weil wir wissen, dass es schwierig ist. Aber für mich ist das wichtigste, die Mentalität der Team. Wir haben ein sehr guter Gruppe, wir leben gut zusammen. Und wenn wir auf dem Boden sind, wissen wir uns, eins für den anderen. Ich denke, das macht die Unterschiede. Den Plan, den der Trainer uns vorgibt, ich glaube, da haben wir gewisse Abläufe, die wir dann dieses Wochenende noch durchführen werden. Und ich glaube, wenn wir das machen und mit einem klaren Kopf ins Spiel gehen, werden wir das auch erfolgreich bestreiten. Ich glaube, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Ich glaube, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Ich glaube, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Wir versuchen, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Wir versuchen, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Wir versuchen, dass wir ein sehr guter Gruppe machen wollen. Untertitelung des ZDF, 2020